ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge little bit workshop hier auf meinem kanal so wir haben ein bisschen was zu tun wir müssen gucken dass wir die kleinen kommoden noch fertig kriegen wir haben 45,2 prozent fertig aber noch keine einzige kommode komplett fertig dazu finden uns einfach mal die schubladen und dazu finden uns einfach mal die griffe das heißt ich würde sagen die griffe aktuell auf höchster priorität die werkbank reparieren wir sowieso mal bitte dann kriegen wir das schon hin hoffentlich hoffentlich leute komm mach die griffe hallo holzstange 40 zentimeter holzstange hat er hat das ring jetzt sind die da ich kann jetzt auch geholt werden ja klar wenn die die ganze zeit nicht produziert werden ist klar so die erste schublade können geboren werden 29 30 schubladen müssen wir in zusammenbauen ach du schande das innerhalb von drei tagen 22 stunden noch auch du schande mit einmal reparieren hier hier stehen lassen und weiterarbeiten und reparieren bitte danke das geht kaputt und das ist dann gar nicht gut schubladen wenn gebäude ist gut die erste kommode ist fertig ja sehr schön haben wir hier sind nur da ok inventar ressourcen ok vielleicht kommt nochmal erst mal alles fallen mensch drei tage zu stunden haben wir noch momentan sind wir glaube ich relativ gut dabei es fehlt gar nichts ok wir haben 22 haben wir schon fertig ist gut wir haben neue aufgaben achte schon kleine regal basic haben da was neues ja hier hake ok hier was neues nein aber das läuft aus nachher relativ viele produkte die wir machen können wir müssen die nachfrage decken was weiß ich was das ist richtig richtig heftig aber krimine kriegen wir auf dauer irgendwann hin wir spielen uns das schon ein und wir werden uns verbessern ohne ende jetzt momentan echtes gewuseliger und das ist eine coole coole sache auf jeden fall gefällt mir total das gefällt mir total schubladen werden gebaut perfekt die holzplatten werden auch gebaut auch das ist schön jeder jetzt ist soweit relativ gut durch ja was heißt gut durch ne das ist einfach nicht verkehrt ne 5 von 15 sind schon durch 5 von 15 sind schon durch ne cool gut ist nicht verkehrt garantiert nicht ok hier wird produziert das schon mal gut mit den noch produziert nein hier ist nichts mehr produktion das heißt das könnte man eventuell aufteilen dann über zwei werkbanken machen bitte dann könnten wir die werkbank einmal schon mal wieder reparieren dann dürfte es eigentlich gut passen ok wir kriegen sowieso nicht alles fertig an aufträgen hier aktuell das wäre viel zu viel 15 schier 15 regale kleine regale das wäre zu viel auch hier die nachfrage 17 einheiten für haken das ist verdammt heftig wir können das produkt planen ja aber jetzt hier aus können wir so machen das können wir so machen gerade schnitt passt auf den können wir eine kreisige machen das hier können wir eine werkbank machen machen wir dann der werkbank das können wir einmal hier machen das können wir einmal hier montieren sollte eigentlich relativ geht 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 ne sollen wir alle 17 stück machen wir machen mal sagen wir mal fünf stück machen wir fünf stück erstmal können wir noch gucken wo es lang geht und wie wir am besten fortfahren ich soll nicht so viel druck dahinter dafür gibt es auch nicht so viel geld na das ist die andere sache na gut der bessern wenigstens ist das wird auf jeden fall schon hier relativ gut produzierten ok die maschine müssen wir reparieren die werkbank müssen wir reparieren hier alles heftig die müssten wir reparieren naja gut dauert halt ne geht da nicht alles von selber doch nicht von alleine ne geht nicht alles von alleine hier ne garantiert nicht ok 10 von 15 kommunen haben wir schon mal fertig das ist ja schon mal ein vorteil material wird langsam weniger haken werden produziert zumindest teilweise das material hier die haken und spitzen sind schon fertig glaube ich oder weiß nicht kann ich nicht sehen kann man glaube ich hier so noch gar nicht sehen ok man 11 von 15 kommunen sind fertig 11 von 15 kommunen sind fertig die haken sind zum großen teil schon fertig schon mal nicht verkehrt soll man noch ein produkt planen na komm so ein kasten kit machen wir nochmal vier stück oder fünf machen wir fünf kommt los mit zu tun ihr habt zu tun leute haut rein wir müssen ja jede menge tun ne 12 von 15 13 von 15 sind fertig wir sind fast durch damit achte schon geil wir können doch nicht alles machen ne das ist das also noch anfangen zu dass passt nachher das passt das muss da gemacht werden das muss allerdings gemacht werden das ja okay das muss allerdings gemacht werden an der kreise und das kann hier gemacht werden damit hätten wir es im prinzip geplant 89 4 profit achte schon ist die schiene aber okay das ist wie nix na gut los heute rein macht das ding feld macht die dinger fertig jetzt noch eine ganze menge zu tun leute ich habe noch eine ganze menge arbeit viel arbeit leute okay der auftrag ist jetzt gleich durch das ist perfekt die haken werden erledigt egal wenn auch schon gebaut teilweise hier vorbereitet und alles haken sind soweit vorbereitet das ist schon mal gut das heißt die sind eigentlich relativ schnell fertig aber die bank müssen einmal reparieren und macht eben die holzplatten fertig noch damit wir den auftrag hier beenden können leute hallo fertig machen hier geht doch liefern perfekt wir brauchen nämlich kohle endlich kohle so die haken sind auch 4 von 15 fertig perfekt können wir jetzt nämlich gleich in richtung hier die haken gehen obwohl die werden jetzt auch zum schluss noch zusammen geworden können wir dann auch direkt liefern sandkasten kit wird können wir sogar ja können wir fertig stellen für einmal 45 ja fertig coole sache ja im namen des vorstandes möchte ich dir zu level 3 mit weg ja gratulieren perfekt 12.000 erhalten sehr schön natürlich verdammt viel geld ne was wir definitiv gebrauchen heute ok die sandkasten kit sind fast fertig heftig leute ok wir machen wir hier auf normale geschwindigkeit aber ich sag mal erstmal so danke natürlich fürs zuschauen wir sehen uns wieder in der nächsten folge bis dahin servus und tschüss bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.